Wie groß ist die Leistung einer Glühbirne, wenn die Spannung 230 Volt und die Stromstärke 0,455 Ampere betragen? Die Angaben sind diese. Die Spannung U beträgt 230 Volt und die Stromstärke I beträgt 0,455 Ampere. Gefragt wird die Leistung P und die drücken wir in Watt aus. Zu elektrischer Energie und Leistung stehen uns immer diese drei Formeln zur Verfügung. Aber je nach diesen zwei Angaben und je nachdem was gefragt wird, ist hier die dritte Formel ideal. P gleich U mal I. Wir ersetzen U durch 230 und I durch 0,455. Und diese Multiplikation ergibt 104,65 Watt. Das ist auch schon die Endantwort auf die gestellte Frage. Die Leistung P beträgt 104,65 Watt. Danke.